Die Tele-DMW Die Wocheninfo Bis zum 13. Juni 2021 Und auf der Wiese und im Studio nimmt vor Ihnen Platz natürlich Ihr Michael Westkamp Schön, dass Sie trotz der Europameisterschaft auch mal bei uns vorbeischauen Und hier habe ich Ihre erste Meldung Erfolgreiche Tankstellenräuber gehen in die nächste Runde Am 23. Mai 2021 wurde die, wie bereits berichtet, Araltankstelle an der Barmerstraße erfolgreich und unerkannt ausgeraubt Die Gegend hat offenbar den Tätern gut gefallen Also gingen sie beim nächsten Überfall nur ein paar hundert Meter weiter In der Straße Linde wurde am Freitag, dem 4.06.2021 um 21.10 Uhr wieder eine Tankstelle ausgeraubt Zwei unbekannte Täter betraten den Geschäftsraum und drängten die Mitarbeiterin, und die war 18 Jahre alt Unter Vorhalt eines Messers verbal dazu, den Inhalt der Kasse herauszugeben Nach dem Raub entfernten sie sich fußläufig vom Tatort in Richtung Barmerstraße Die Täter werden als ca. 1,85 Meter groß beschrieben Einer von ihnen hat eine stämmige Figur und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke bekleidet Zudem trugen die Täter blaue OP-Masken Inzwischen gibt es in Remscheid schon Tankstellenbetreiber, die ab dem frühen Abend ihr Personal nur noch über einen Nachtschalter kassieren lassen Da legt sich eine Mountainbike-Fahrerin mit einem Porsche-Fahrer an Wer wird denn da wohl gewonnen haben? Das ist doch eigentlich klar Am Dienstag, dem 8.06.2021 kam es auf der Morsbacher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin Ein 25-jähriger Porsche-Fahrer bog aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Morsbacher Straße in Richtung Solinger Straße ab Und stieß dabei gegen eine 19-jährige Mountainbike-Fahrerin, die talwärts in Richtung Morsbach unterwegs war Die Fahrradfahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert Rettungskräfte brachten die schwer verletzte junge Frau in ein Krankenhaus Schauen wir mal auf unsere Stadtgrenze Auf unserer Stadtgrenze liegt die Münchner Brücke, sie verbindet ja Remscheid mit Solingen Die Hälfte gehört ja uns, also gehört auch die Münchner Brücke in unsere Remscheid-Meldungen Wussten Sie eigentlich schon, dass man ab dem 1. August die Münchner Brücke ganz legal raufklettern darf? Wussten Sie noch nicht? Dann sage ich Ihnen mal, was da los ist Natürlich nur über einen vorgeschriebenen Brückensteig Dieser hat 777 Stufen Man wird dabei angeseit Dieses wird nur im Rahmen einer Gruppenführung gemacht Falls jemand mal einen Schwächeanfall erleidet, stehen genug Personen hinter ihm Dann fliegt er nicht so viele Treppen wieder herunter Anmelden kann man sich in dem Rostgebäude unter der Brücke Eine Wuppertaler Firma, welche die Kletteraktion gebaut hat, bekommt dann die Eintrittsgebühr Es bleibt abzuwarten, wann der erste Unfall dort passiert und der Aufstieg wieder geschlossen wird Also Start ist der 1. August Heute schauen wir mal an den Rand vom Bergischen Land Ganz weit weg in eine Stadt, wo wir noch nie hingeschaut haben Oberrad Das ist nicht direkt hier in der Gegend, würde ich sagen Doch dort ist etwas passiert, das ist so sensationell, das hätte selbst die Polizei nicht geglaubt Eine illegale Party in einer Autobahnbrücke Ich werde Ihnen mal erzählen, was da passiert ist In der Nacht auf Sonntag, dem 6.06.2021 fand in der A4-Brücke in Oberrad-Wilke-Rath eine illegale Party statt, deren Ausmaß jegliche Vorstellungskraft sprengt Eine große Anzahl von Menschen versammelte sich unbemerkt von der Öffentlichkeit zum Feiern im Hohlkörper der Autobahnbrücke Wie viele Personen im Inneren der Brücke gefeiert haben, ließ sich nicht verifizieren Die Polizei geht von über 100 Teilnehmern aus Polizeibeamte stellten gegen 8 Uhr mehrere Jugendliche bzw. junge Erwachsene fest, die Fußläufchen Richtung Oberrad unterwegs waren Als die Polizisten der Fährte von Müll und Bierflaschen folgten, trafen sie unterhalb der A4-Brücke auf zwei Personen, die augenscheinlich ihre Schlüssel suchten Während die Beamten die Personen kontrollierten, hörten sie Musik aus dem Hohlraum der Brücke und stellten fest, dass die Tür zum Brückeninneren unverschlossen war Der komplette Schließmechanismus lag ausgebaut neben der Tür Auf der gegenüberliegenden Brückenseite nahmen die Beamten indes Menschen wahr, die aus dem etwa 500 Meter langen Hohlkörper kletterten Die Polizisten forderten aufgrund der Größe der Örtlichkeit Verstärkung an Und konnten im Zuge dessen im sich angrenzenden Wald hinter der Brücke eine Gruppe von zwölf Personen kontrollieren Die unter anderem aus Köln, Düsseldorf, Duisburg und Offenbach angreist waren Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Polizei Köln wurde parallel dazu der Hohlraum durchsucht Hier wurden zwar keine Personen mehr angetroffen, jedoch große Mengen an Müll, unter anderem Konfetti und Bierflaschen festgestellt Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnungen an Sehr einfallsreich, die Leute Der Radar Böllerwagen wird ausnahmsweise am Montag aufgestellt Und wo? Das wissen wir noch nicht Sollten Sie den gesehen haben, rufen Sie an unserer Hotline an 0179 3131444 Wir kontrollieren das und schreiben allen Zuschauern das auf die Homepage im Bereich Verkehrsmeldungen Sie wollen doch schließlich auch wissen, wo die gemeine Falle ist, oder? Es gibt noch mehr davon Schauen Sie sich die doch an Wollen Sie nach der Goldenberg-Kurve schnell über die Remscher-Straße nach Lüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen Und zwar vor der Schule Goldenberg Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden Den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30 Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutztempo 30 einhalten Das packen die meisten nicht Auf der Landstraße zwischen Remscheid-Engelsburg und Hückeswagen-Wiehagen gibt es jetzt eine Radarsäule Und die ist neu Die gibt es zwischen Forsten und der Dorb Mühle Genauer gesagt steht sie zwischen den Bäumen in einer Kurve nach dem Parkplatz Wenn man auf der linken Seite den Parkplatz gesehen hat Sollte man danach, wenn man abwärts fährt, aufpassen Denn da ist Tempo 50 Und man wird da heimtückisch geblitzt Dann achten Sie bitte auf der A1 auf der Langerfelder Brücke Auf eine Radarsäule Jede Fahrtrichtung hat nämlich eine in der Baustelle Sie sollten da nicht so schnell fahren Auch dort werden sie geblitzt Auf der Leverkusener Brücke gibt es eine Starrenkastenausstellung In jeder Fahrtrichtung bekommt man zweimal vier Starrenkästen präsentiert Einmal am Anfang der Brücke und einmal in der Mitte der Brücke Und das auf jeder Fahrtrichtung Es geht um die Geschwindigkeit 60, die eingehalten werden soll Und man wiegt auch das Gewicht von LKWs Denn über dreieinhalb Tonnen darf man nicht haben Wenn man darüber fahren will Hiermit, meine Damen und Herren, sind die Nachrichten beendet In der letzten Woche haben Sie wohl ein bisschen viel Fußball geguckt Deshalb fehlten uns auch sechs Zuschauer Dann hätte es den Film der Woche gegeben Schade eigentlich Aber es bleibt noch einiges, was Sie sehen können Was, das erfahren Sie auf der anschließenden Schrifttafel Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche Viel Spaß beim Fußball Vergessen Sie uns bitte nicht Auch wir drücken Deutschland die Daumen Bis nächste Woche Tschüss Ich kann nicht warten Hier ist das Rennscheider Fernsehen Tele-DMW Ohee, 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 ohee Tele-DMW Ist mit dabei Ich grüße euch alle vom Rennscheider Fernsehen Mein Name Jürgen Dreefs Komm, Blumen, oder? Und wir fahren wie Vampire Ich wusste immer schon Rennscheit Rennscheit weiß gespannt Rennscheider Fernsehen Meine Fresse, ich glaube ich lese nicht richtig Ich musste nochmal Schule gehen Aber erst einmal eine Dusche für Tele-DMW Gute Sender Hallo, ich bin der Tom Und grüße alle sehr zum Rennscheider Fernsehen Guckst du Tele-DMW Mit dem Dirk Michael Westkamp Gucken Sie ruhig mal auf YouTube nach Tele-DMW Ach, stopp, stopp, stopp Ist ja alles falsch Warum übst du denn nicht? Warum hast du denn die ganze Woche wieder nicht geübt? Ja, ich hab die ganze Woche Tele-DMW geguckt Ach, da ist natürlich ein Grund Ja, weiter so Sehr gut, sehr gut Wenn Sie mal so richtig lachen wollen Dann sind Sie bei uns richtig Auf dem Spaß-Power-Kanal von Tele-DMW Finden Sie zum Beispiel alle Sprüche der Woche Und Sie können auch sehen, was dort alles so schief geht Und vergesslich In einem Film der Woche Ist dem Moderator an einem Parksteinautomaten der Kragen geplatzt Tauen Sie doch mal vorbei beim Spaß-Power-Kanal Dieser Kanal haut jeden um T-DMW T-D-M-W T-D-M-W T-D-M-W-Kanal Und hier ist ja wieder der Spruch der Woche Der von einem doppelt so blöden Kommentar von der Nordsee Wie immer beantwortet wird Falls wir heute Glück haben Denn der Spruch lautet Keine Antwort ist auch eine Antwort Dazu der Kommentar von der Nordsee Ja bitte der Kommentar jetzt Das reicht nicht Nochmal bitte anständig antworten Das habe ich mir sowieso gedacht Das war von vor der Woche Wo der Portemonnaie geklaut hat Ist klar, dass er jetzt Angst hat Zinnen und Dins Zinnen und Dins Hier war das Rämmenscheiner Fernsehen TV-DMW Bis nächste Woche T-N-D Aus Rämmenscheiner Fernsehen TV-DMW Aus Rämmenscheiner TV-DMW B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017